Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder ein leckeres Gebäckrezept für euch mit Zuckersyrup, aber diesmal innen drin mit Kokosraspeln. Das ist ein erfundenes Rezept, aber passt wirklich zur orientalischen Küche, weil es gibt solche Süßspeise Rezepte bei uns, aber ab und zu öffne ich natürlich auch selber welche und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich werde erstmal den Zuckersyrup vorbereiten. Dafür habe ich zwei Gläser Zucker und nehme drei Gläser Wasser. Welches Glas ihr nehmt ist völlig egal, meine Gläser nehmen so ungefähr 200 ml Wasser auf. Ich vermische Zucker mit dem Wasser in einem Topf und gebe Saft eine Viertel Strohne noch mit hinein und lasse es dann auf schwacher Hitze so ungefähr 20 Minuten kochen. Für den Teig benötigen wir 500 g Mehl, 250 g Puderzucker, ich habe 250 g Butter und Margarine vermischt, also 125 g Margarine und 125 g Butter genommen, 3 Esslöffel Joghurt und brauchen dann ein Päckchen Vanillezucker. Ich vermische alle Zutaten in eine Rührschüssel und bereite den Teig vor. Das ist eigentlich super einfach zum Vorbereiten. Das ist ein schnelles Last-Minute-Rezept von mir für das Fest. Das ist ein sehr schöner geschmeidiger Teig geworden. Jetzt gebe ich 1 Esslöffel Kakao hinein. Wenn ihr merkt, dass der Teig dadurch fester wird, könnt ihr noch 1 bis 2 Esslöffel Joghurt hinein geben. Das Ganze wird nochmal schön geknetet. Für die Füllung brauchen wir 200 g Kokosraspeln, 100 ml Milch, 200 g Grieß und 2 Esslöffel Mehl. Auch für die Füllung gebe ich alle Zutaten in eine Rührschüssel hinein und knete das. Das dürfte jetzt nicht zu fest sein. Ihr müsst so richtig Kügelchen daraus formen können. Wenn ihr merkt, dass das Ganze auseinander fällt, könnt ihr noch ein bisschen Milch hinein geben. Ich habe noch 100 ml Milch hinein gegeben. Ich mache ja alles nach Gefühl. Ich hatte euch am Anfang 100 ml Milch gesagt, aber jetzt habe ich nochmal 100 ml dazu gegeben. Also 200 ml Milch. Jetzt rolle ich den Teig zwischen 2 Backpapier aus und schneide den Teig in der Mitte einmal durch mit dem Backpapier. Ihr werdet später sehen, wieso wir das mit dem Backpapier zusammenschneiden. Ich habe so quadratische Ausstechformen. Ihr könnt etwas anderes nehmen oder mit einem Glas rund ausstechen, dass es euch überlassen. Jetzt werde ich auch die Füllung zwischen 2 Backpapier ausrollen. Aus dem dunklen Teig hatte ich ja so Streifen ausgeschnitten. Jetzt werde ich auch aus der Füllung so breit wie meine Ausstechform so Streifen ausschneiden. Ich habe die Füllung auf einen Teigstreifen gegeben und gebe das nächste darüber. Jetzt könnt ihr den anderen Teigstreifen einfach mit dem Backpapier darüber geben, ohne dass es bricht. Jetzt schneide ich Quadrate aus. Wie gesagt, ihr könnt andere Formen ausstechen. Ihr könnt das mit einem Glas ausstechen, wenn ihr diese quadratischen Ausstechformen nicht habt. Jetzt schneide ich die einmal in der Mitte durch, dass ich dann 3 Ecke raus bekomme. Ihr könnt die eigentlich jetzt so backen, aber ich möchte, dass sie noch ein bisschen schön aussehen und werde dann so Muster einstechen. Diese Zange bekommt ihr überall. Das ist eigentlich für Fondant gedacht, damit man Fondant schön dekorieren kann. Wie gesagt, ihr könnt die auch einfach so backen. Oder mit einer Gabel auch so Streifen ziehen. Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, wie man ein Muster hinein stechen kann. Dann gebe ich die auf ein Blech. Weil die ja auch für das Fest gedacht sind, habe ich die mit ein paar Zuckerperlen dekoriert und die werden jetzt im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad so ungefähr 30 Minuten gebacken. Mein Gebäck ist raus aus dem Ofen. Ich habe ein bisschen gewartet, dass es dann lauwarm werden kann. Dann gebe ich über das lauwarme Gebäck den kalten Sirup. Mein Sirup ist in der Zwischenzeit ausgekühlt. Dann lasse ich den Zuckersirup einziehen. Das dauert dann auch 4 bis 5 Stunden. Am besten ist das natürlich über Nacht. Ich habe ja so viele Überreste gehabt und die wollte ich natürlich nicht wegschmeißen. Ich zeige euch mal, was ich aus diesen Überresten gezaubert habe. Ich habe alles nochmal schön geknetet. Also nicht richtig, sondern dass es ein bisschen marmoriert bleibt. Dann habe ich daraus kleine Kügelchen vorbereitet. Ich habe dann immer eine Mandel hineingesteckt und diese auch bei 180 Grad so ungefähr 15 Minuten gebacken. Ich habe die noch heiß in das Sirup hineingegeben und habe sie dann so ungefähr für 5 Minuten in dem Sirup drin gelassen und wieder rausgenommen. Die sind auch richtig super lecker geworden. Ich habe dann ganz zum Schluss mein Gebäck mit Kokosraspeln dekoriert. Da sie auch mit Kokosraspeln gefüllt sind, passt das finde ich wunderbar. Und sie sind schon servierfertig und die sind auch richtig super lecker geworden. Ich liebe sowieso alles, was mit Kokos gefüllt ist und das war auch richtig genau passend finde ich. Jetzt probiere ich die einmal für euch. Übrigens könnt ihr diese Kekse auch ohne Zuckersyre vorbereiten und einfach so essen. Ich habe die auch ohne Zuckersyre probiert. Die waren auch so richtig lecker. Und das sind dann die anderen, die ich dann aus den Überrasten gebacken habe. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.